Dieses schwere Teil hier ist ein Symbol. Ein Symbol für Unterricht im Jahr 2019. Ihr wisst sicherlich, was das hier ist. Das ist ein Overhead-Projektor. Und den sieht man immer noch in vielen Klassenzimmern in Deutschland. Also wir machen relativ wenig, was digital angeht. Tja, und um daran etwas zu ändern, werden jetzt 5,5 Milliarden Euro locker gemacht. Im Rahmen des sogenannten Digital-Pakt-Schule. Aber was bedeutet das genau? Und wird das Geld tatsächlich dort ankommen, wo es gebraucht wird? Genau darum geht es jetzt in einer neuen Folge MrWissen2Go exklusiv ohne diesen Projektor. Den stelle ich mal weg, sonst halte ich das nicht durch. Sorry. Zuerst mal die Fakten. Den Digital-Pakt-Schule haben der Bund und alle Bundesländer gemeinsam im Mai dieses Jahres beschlossen. Die Idee stammt noch von der früheren Bundesbildungsministerin Johanna Wanka. Dafür wurde sogar das Grundgesetz geändert. Durch den Artikel 104c kann der Bund die Länder jetzt bei der Bildung finanziell unterstützen, hat aber auch das Recht, über die Gelder mitzubestimmen. Das hört sich jetzt nicht unbedingt spektakulär an. Aber vorher ging das nicht, da Bildung in Deutschland Ländersache ist. Das heißt, die Bildungspolitik wird nicht einheitlich gesteuert, sondern jedes Bundesland bestimmt selbst über sie. Wisst ihr wahrscheinlich auch. Aber wie sieht der Pakt im Detail aus? 5,5 Milliarden Euro stecken drin und die verteilt der Bund in fünf Jahren an die Länder. Wie viel jedes Bundesland bekommt, regelt der sogenannte Königsteiner Schlüssel. Dabei spielen das Steueraufkommen und die Einwohnerzahl jedes Landes eine Rolle. Das heißt, Bremen kriegt also deutlich weniger als Nordrhein-Westfalen. Mit dem Geld sollen die Schulen in Deutschland digital ausgestattet werden. Also Technik wie schnelles Internet und auch Geräte wie Whiteboards bekommen. Laut dem Bildungsmonitor 2018 ist das auch dringend notwendig. Danach müssen sich bei uns zwölf Kinder einen Computer teilen. Beim Spitzenreiter Norwegen sind es nur drei. Aber sehen Schüler das selbst auch so problematisch? Wir haben mal in Hessen nachgefragt. Wir könnten sehr gut mehr Laptops verbrauchen. Also auch, dass man die einfach so im Unterricht benutzen kann, damit man nicht immer in diesen Computerraum gehen muss. Weil wir haben nur zwei Computerräume. Wir sind eine Schule mit über 1200 Leuten. Da kommt man nicht so oft rein. Es ist natürlich schon immer ein bisschen interessanter, wenn man da irgendwie selbst was machen kann mit einem Tablet in der Hand. Oder wenn der Lehrer da vorne vielleicht mal irgendwie ein bisschen mehr digital macht und nicht irgendeinen blöden Tafel aufschreibt, den ich dann abschreibe. Im Spanischunterricht oder generell Sprachen, Französisch, Englisch könnte ich mir vorstellen, dass es sowas wie eine Vokabel-App gibt, wo man auch irgendwie online Vokabel lernen kann und nicht so wie früher immer mit Karteikarten. Also Bedarf ist auf jeden Fall da. Rund um das Thema Schule habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Findet ihr, wenn ihr oben auf das eklig, da geht es um unser Schulsystem und warum sich das dringend ändern muss. Da geht es um ganz Grundsätzliches. Deutschland hat aktuell rund 40.000 Schulen. Durch den Digitalpakt würde laut dem Bundesbildungsministerium jede Schule eine Finanzspritze von durchschnittlich 173.000 Euro bekommen. Das sind 500 Euro pro Schüler. Aber wer entscheidet, wie viel Geld jede Schule tatsächlich bekommt? Das System sieht so aus. Die Länder kriegen ihren Anteil. Den vergeben sie dann nach Anzahl der Schulen und Schüler an die Schulträger, also die Kommunen, die Städte. Die bekommen von den einzelnen Schulen Anträge, in denen die Schulen dann erklären müssen, was sie genau brauchen. Die Schulträger sammeln alle Anträge und sortieren in Runde 1 vor, welche Schule sie wie ausstatten wollen. Dann reichen sie die Anträge beim Land ein und das entscheidet dann in Runde 2. Auch nochmal, ob zum Beispiel WLAN an der einen Schule nötig ist oder eine andere Schule es viel dringender braucht. Bis letztendlich das Geld fließt, muss jede Schule also mehrere Runden durchlaufen und unter Umständen ziemlich lange warten. Bringt der Digitalpakt Schule jetzt dann die digitale Revolution trotz langer Wartezeit? Naja, dagegen sprechen drei große Kritikpunkte. Punkt 1 betrifft die Verwendung der Gelder. Das Geld fließt nur in die Infrastruktur. Das heißt, Schulen bekommen eine technische Ausstattung, wie WLAN, Glasfaser oder Whiteboards, aber keine Mittel, um auch Techniker fest anzustellen, die die Geräte und die Infrastruktur dann warten und reparieren. Bis jetzt ist es so, wenn was kaputt geht, dann müssen sich die Lehrer selbst darum kümmern, neben ihrem Unterricht. Da bleibt unter Umständen viel liegen. Die Sachen werden dann einfach nicht benutzt. Und das scheint auch trotz des Digitalpakt so zu bleiben. Was genau bedeutet das für den Unterricht? Genau das wollten wir von Florian Nuxoll wissen. Er ist Lehrer in einem Gymnasium in Tübingen und muss sich genau solchen Herausforderungen jeden Tag stellen. Bei uns sind es Physiklehrer, die ein bisschen Entlastung dafür bekommen, für ihr Lehrdeputat. Und die müssen dann nebenbei praktisch die ganze Technik sich darum kümmern. Problematischer ist natürlich, wenn es mal im Unterricht gerade nicht funktioniert, weil das Internet abgestürzt ist. Oder was Schüler ja auch gerne machen, sie manipulieren Unterricht ja auch bewusst und stellen mal was um. Und dafür brauchen wir einfach, ich würde sagen, so eine Art Bildungstechniker. In England gibt es sowas. Da hätte eine Schule unserer Größe drei Bildungstechniker, die dafür sorgen, dass die Technik funktioniert, die am Anfang des Unterrichts die Technik reinbringt. Und das ist was, was unbedingt noch dazu gehört, damit es funktionieren kann. Techniker werden also gebraucht, aber der Digitalpakt finanziert sie nicht. Das sollen die Länder selbst bezahlen. Wurde so festgelegt. Und genau da liegt der Knackpunkt. Denn viele Lehrer wie Florian Nuxoll befürchten, dass die Länder dafür nicht genug Geld bereitstellen können. Und da kommen wir auch schon zu Punkt Nummer zwei. Ungeschulte Lehrer. Es fehlen nicht nur Techniker. Laut Lehrerverband sind auch die Lehrer selbst nicht gut genug dafür ausgebildet, digitale Medien im Unterricht sinnvoll zu nutzen. Die Leute brauchen Weiter- und Fortbildungen. Aber das Problem ist, dass auch die nicht vom Digitalpakt Schule finanziert werden. Das ist wieder Ländersache. Jedes Land investiert unterschiedlich viel Geld in unterschiedlich aufgebaute Schulungen. Von der einheitlichen Digitalisierung kann man also nicht sprechen. Aber wird der Unterricht durch die Digitalisierung besser? Genau das wollten wir von Peter Holnik vom Institut für Medienpädagogik und Kommunikation in Darmstadt wissen. Also wir finden, dass das ganz wichtig ist, ein pädagogisches Konzept für Medienbildung zu haben. Weil die Welt der jungen Menschen ist eben digital. Im Jahr 2000 haben wir das Internet und es ist in Sachen Bildung nichts passiert. Wir kriegen zwar jetzt das Werkzeug zur Verfügung gestellt, aber wir wissen nicht, wie wir mit umgehen sollen. Die Lehrerausbildung hat sich nicht verändert. Also Medien sind nach wie vor fast kein Thema. Ich habe jetzt mitbekommen, Film ist etwas Thema. Wir haben jetzt Film seit 150 Jahren ungefähr. Aber das reicht nicht. Tja, und für Schulungen und das Erstellen von guten Medienkonzepten müssen die Lehrer natürlich auch ausreichend Zeit bekommen. Und damit sind wir auch schon bei Kritikpunkt Nummer drei. Verwaltung der Gelder. Und auch hier ist wieder das Personal der Knackpunkt. Schulträger und Länder müssen die Anträge der Schulen prüfen und verwalten. Auch die Gelder müssen von Ländern und Schulträgern verteilt werden. Genau da fehlt Personal. Mein Murat Alpoges. Er ist selbst Lehrer und arbeitet als Leiter eines Medienzentrums eng mit der Verwaltung zusammen. Damit man das Geld, das man bekommt, ausgeben kann, braucht man natürlich Menschen, die das Geld verwalten, die Aufträge formulieren, die diese Aufträge abschicken, die Firmen suchen, finden, ausschreiben und so weiter. Das ist ein relativ großer verwalterischer Akt, der dahinter steht, so viel Geld auszugeben. Wir reden da über Millionensummen, je nach Schulträger oder je nach Kommune oder Stadt. Viele Städte und Kommunen sind heute schon damit überfordert, das Geld, was sie haben, überhaupt vernünftig auszugeben und vor allem auch zu prüfen, ob die Arbeiten gut gemacht wurden und ob alles in Ordnung ist. Und das wird durch das Mehr an Geld, was kommt, erstmal nicht besser. Ich befürchte, dass während dieses Förderzeitraums das Geld gar nicht wird ausgeben werden können. Das heißt, dass viele Mittel an den Bund zurückfließen werden, einfach weil Maßnahmen nicht in der vorgebenden Zeit umgesetzt werden konnten. Ja, das ist viel Kritik, aber wie sieht das denn die Schirmherrin des Digitalpakts Schule, Bundesbildungsministerin Anja Karliczek? Naja, sie sieht im Digitalpakt den großen ersten Schritt Richtung Schule 2.0. Wir haben den interviewten Lehrer und Medienexperten die Möglichkeit gegeben, direkt Fragen an die Ministerin zu stellen. Neben dem Geld brauchen wir auch Menschen, die das Geld ausgeben, Menschen, die Technik warten und Menschen, die Schulen dabei unterstützen, neue Konzepte zu entwickeln. Haben Sie vielleicht eine Idee, wie man mehr Menschen ins System bekommt, die solche Prozesse eben begleiten können? In vielen Schulen gibt es wirklich Lehrer, die sehr technikaffin sind, die genau wissen, wo die Digitalisierung auch einen Mehrwert bringen kann. In anderen Ländern gibt es ganz gezielt Beratungsunterstützung durch entweder auch Unternehmen oder eben auch durch Stiftungen, die solche Unterstützung leisten können. Und ich glaube, die sollte sich auch jede Schule holen. Dann kann es gut werden. Also bleibt es an den Lehrern hängen. Und die Frage ist ja, wer soll diese Unterstützung bezahlen? Wie kann man dafür sorgen, dass die Technik, die jetzt in die Schulen kommt, auch in der Schule gut gewartet wird? Ich glaube, wir müssen immer dazu sagen, es geht ja nicht darum, Technik in Schulen zu bringen. Es geht darum, einen Mehrwert durch Technik in die Schulen zu bringen. Und das wollen wir mit dem Digitalpakt machen. Ohne funktionierende Technik aber auch keinen Mehrwert. Ganz logisch. Also braucht man Menschen, die sie warten. Mich würde interessieren, ob sie bei dem Digitalpakt, bei der Planung, Kinder und Jugendliche mit einbezogen haben und deren Lebenswelt. Zum einen darf ich sagen, ich habe selber drei Kinder. Aber zum anderen führen wir generell permanent Gespräche mit jungen Menschen, was für Anforderungen und Erwartungen sie nicht nur an Schule haben, sondern generell an das, was wir gestalten in der Veränderung auch unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Mich würde auch interessieren, ob es beim Digitalpakt 2 um Inhalte geht. Digitalpakt 2 ist im Moment in der Diskussion, aber wir müssen erstmal den Digitalpakt 1 ordentlich abarbeiten. Wir haben bisher noch kein Geld fließen sehen und das werden wir jetzt erstmal auf den Weg bringen. Aber ohne Inhalt keine digitale Wende in Schulen. Ist das Thema damit viel zu weit nach hinten verschoben? Wie die Technik konkret genutzt wird, das überlässt der Bund also den Ländern. Klar, so wurde es ja auch im Digitalpakt ausgehandelt. Aber es bleibt natürlich die Frage, ob das so funktioniert. Und was ist das Fazit des Ganzen? Versteht mich da bitte nicht falsch. Es soll jetzt nicht so rüberkommen, dass das Ganze mit dem Digitalpakt nicht gut ist. Es ist dringend notwendig, an unseren Schulen und in der Bildung digital zu investieren, wie ja auch immer wieder gefordert wird. Aber eben auch so, dass die Schüler am Ende wirklich was davon haben. Passen wir es also nochmal zusammen. Es werden Milliarden in die Digitalisierung der Bildung investiert. Aber das bringt nur etwas, wenn erste Techniker angestellt werden, die sich auch um die digitalen Medien kümmern. Zweitens, die Lehrerinnen und Lehrer geschult werden, damit sie wissen, wie sie diese Medien sinnvoll einsetzen können. Und drittens, zusätzliches Personal, das die Gelder dann auch verwaltet. Das sind ganz wichtige Themen. Mich würde mal interessieren, was denkt ihr denn darüber? Sagt ihr, naja, ist doch gut, wenn da Geld in die Hand genommen wird, wo es jetzt endlich landet. Das ist dann zweitrangig. Oder sagt ihr, nein, das muss schon zielgerecht eingesetzt werden. Schreibt es gerne unten in die Kommentare und gerne auch Erfahrungsberichte aus eurer Schule. Wie läuft es denn bei euch mit der Digitalisierung? Seid ihr zufrieden oder seid ihr nicht zufrieden? Und falls ihr nicht mehr in der Schule seid, könnt ihr natürlich auch von früher erzählen, wie das so bei euch war. Wie gesagt, in die Kommentare damit und hier neben mir findet ihr ein weiteres MrWissen2go-Exklusiv-Video. Da geht es um ein anderes Thema, um E-Scooter und ob die wirklich umweltverträglich sind. Und direkt darunter ein Video der Kollegen von Funk. Schaut da auch gerne mal rein. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.